Wir bringen euch frohe Kunde. Geht ihr da? Nein, das ist Trotz am Munde. Der witzigste Schwamm des Ozeans wird 25. Und ganz Bikini-Bottom steht Kopf, denn wir zeigen dir alle Folgen aller Zeiten. Oh, großartig! Freut euch auf jede Menge schwammtastische Abenteuer. Besser geht's gar nicht! Und verrückten Unterwasserspaß. Feier wie ein Schwammkopf. Alle Folgen aller Zeiten. Morgen um 8.20 Uhr. Nur bei Nickelodeon.